Power BI ist wie ein Superheld, der deine SQL Server Tabellen retten kann. Stell dir vor, du hast viele Tabellen in deinem SQL Server, die alle wichtigen Daten enthalten. Aber du hast keine Ahnung, wie du sie in einer leicht verständlichen Form anzeigen kannst. Keine Sorge, Power BI ist hier um zu retten. Es ist eine Business Intelligence Plattform, mit der du deine Tabellen aus dem SQL Server importieren und in schicke interaktive Dashboards und Berichte verwandeln kannst. Du kannst sogar deine Dashboards teilen und sie online veröffentlichen, damit jeder sie sehen kann. Also, wenn du deine SQL Server Tabellen in etwas Cooles und leicht Verständliches verwandeln willst, dann bleibe dran, weil ich zeige dir, wie du das machst. Zunächst ladest du dir Power BI von der Webseite herunter und installierst es auf deinem Computer. Als nächstes, wenn du nun Power BI installiert hast, öffnest du dieses und klickst zu Beginn im Bereich Daten auf Daten abrufen. Anschließend erhalten wir nun ein Auswahlfenster. Und zwar gibt es hier nun viele mögliche Wege, welche Daten du importieren kannst. In unserem Fall wollen wir unsere Daten aus einer Datenbank und zwar der SQL Server Datenbank. Nun selektiere ich diese und klicke im unteren Bereich auf Verbinden. Als nächstes müssen wir noch angeben, wo denn sich dieser SQL Server befindet und welche Datenbank. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob du die Daten als Ganzes importieren möchtest. Vorsicht bei ganz großen Tabellen oder über eine direkte Abfrage in einem Bericht importieren möchtest. In diesem Fall wähle ich nun Direct Query aus und der SQL Server befindet sich lokal an meinem Rechner. Ich bestätige mit OK und komme nun direkt in das Auswahlmenü der entsprechenden Datenbanken auf diesem SQL Server. Ich wechsle auch kurz in diesem Fall zum tatsächlichen SQL Server und möchte noch kurz vorstellen, welche Tabelle ich nach Power BI importiere. Und zwar möchte ich es auf die Internet Sales Tabelle vereinfachen. Diese beinhaltet viele Einträge, wo zu jedem Zeitpunkt festgehalten wird, welcher Umsatz zu diesem Produkt verkauft wurde. An dieser Stelle noch, bevor wir weitermachen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt geht es weiter. Ich habe darüber hinaus auch dir unter diesem Video einen PDF bereitgestellt, in der du das nochmals in Ruhe dir ansehen kannst. Hier sind alle Schritte nochmals aufgelistet mit einem Screenshot. Nun zurück zu unserem Vorhaben und zwar haben wir nun die entsprechende Tabelle am SQL Server gesehen und werde diese nun auch am Power BI auswählen. Dazu selektiere ich die AdventureWorks Datenbank und navigiere zu unserer gewünschten Internet Sales. Diese habe ich nun selektiert und erhalte dort noch im rechten Menü eine Vorschau zu dieser Tabelle. Das kann unter Umständen wie hier zu sehen etwas länger dauern. Deshalb presche ich vor mit dem nächsten Menüpunkt und zwar das Laden dieser Daten. Die Tabelle wird nun nach Power BI geladen und du kannst damit bereits arbeiten und schöne Dashboards und Berichte erstellen. Wir können diese nun hier im rechten Auswahlfenster nun grafisch auch entsprechend aufbereiten. Zum Beispiel über ein Liniendiagramm, in diesem können wir das Datum und zwar das Datum sowie den verkauften Betrag und zwar hier den Sales Amount. Und das Datum können wir zu einem das Ship Date oder einfach auch das Order Date. Und wie man nun sehen kann, erhalten wir nun zu jedem Datum den entsprechenden Verkaufsbetrag. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.